Musik Herzlich Willkommen zur letzten Staffel von Split Second. Ja, und damit rein ins Abschlussspektakel. Musik Diese Staffel war eine echte Achterbahnfahrt. Musik Und jetzt sind wir in der letzten Phase des Megasparen. Musik Alles anschneiden. Es ist Zeit für das Split Second Final. Musik Und damit herzlich willkommen zum Finale. Und wir fahren am Anfang wieder ein Eliminator Schnellstraßenrennen. Und nehmen wieder den Pursuit oder was haben wir da? Das war ja, das war ja der Neue. Ja, er hat die gleichen tollen Eigenschaften wie die anderen, also vergessen wir das. Musik Ich bleib beim Pursuit, der gefällt mir besser. Und damit Und auf den Eliminator. Und auf den Eliminator. Musik Musik Das sind Musik 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 Wenn ich will, das ist Schade. Machen wir doch gleich mal die ersten Versuchen auszuschalten. Und ich hab natürlich wieder die... Ah. Verdammt. Das wär natürlich genial. Wenn ich den jetzt noch erwischt. Ha. Drüder, 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 drüder. Aha. Na, das ist so was bewirbt? Nee. Doch. Hat, 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 hat. Ha, 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 ha. Woah. Ich muss... Ich muss nur noch irgendwie wieder an den ersten dran kommen. Wo ist schon der erste? Ich würde ihn gern sehen. Wo ist der erste? Ja, ist schön, dass ich... Bis zum letzten? Ach Gott. Scheiße. Der dritte ist schon mal gut. Es wird noch nicht... Es wird echt noch eng hier. Zweiter. Wo ist der erste? Wo muss er der blöde erste sein? Oh, ich seh nicht. Die... Da ist er. Da ist er. Da ist er. Der Kollege. Da ist er. Da ist er Kollege. Ja. Na. Hat natürlich nicht aufgepasst. Und scheiß. Komm schon. Ja, das werde ich wohl nicht mehr packen. Unwahrscheinlich. 5,1 Sekunden, ne. Das war's. Und tschüss. Na gut, wenigstens Zweiter geworden. Mit dem zweiten kann ich erleben. Ah. 15 Credits. Gut. So, dann wollen wir doch mal die wirklich anspruchsvolle Canyon Strecke noch mal fahren. Und äh... Gucken, wie wir uns da diesmal schlagen. Hatten dort ja sehr unterschiedliche Ergebnisse. Wenn ich an das erste Elite-Rennen denke, wo wir dann Sechster geworden sind. Und im nächsten Rennen dann einfach Erster. Mal schauen. Hängt natürlich so ein bisschen auch von Glück und Reaktion des Wagens ab. Bei einer anderen An ensuring Dependium. Teh, du? Oh, schade. das war natürlich zum zu diesem Zeitpunkt aber habe ich nicht nachgedacht habe ich nicht drüber nach Prozent einzig gute daran ist fast alle mal dran hängen nicht auch immer an diesen fiesen Stellen war So ein Mist. Ich krieg aber auch gerade kein Bein an den Boden. Ist doch schlimm. Weil ich nicht verpasst die Abkürzung, weil ich nicht nachgedacht habe. Wenn man die Strecke kennt und sie trotzdem nicht so fährt, wie man sie fahren sollte. Habe ich dich geschubst? Das tut mir aber leid. Weh, jetzt springt mir irgendjemand das Ding unter dem Arsch weg. Ich bin sauer. Ich merke nur, dieser Steinbocken da, die stellt einige vor, einige Herausforderungen. So, wie ist das? Nicht so ganz selten. Ach, Abkürzung nehmen. Und hoffen, dass wir wegkommen. Auch wenn das jetzt, das, äh, ja, was uns jetzt erwartet, das wäre natürlich jetzt auch wieder leicht schwierig, der Geschwindigkeit. Wow, ja, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Aber jetzt kann ich ihn ja wenigstens ohne schlechtes Gewissen wegbolzen. Das wäre ja kein Problem mit. Straße, bleib auf der Straße, bleib auf der Straße, bleib auf der Straße. Ich sage, bleib auf der Straße, bleib auf der Straße. Ich habe immer noch so einen Schiss davor. Ich bin 18 Sekunden voraus. Habe ich das richtig gelesen? 18 Sekunden? Wie kann ich denn 18 Sekunden voraus sein? Was ist da denn los? Egal. Finde ich gut. 18 Sekunden. 18 Sekunden. Das ist, äh, da, da komme ich gar nicht drauf klar. Guck mal, ich will mir mal angucken. Wie sind denn die Zeiten da, bitte? Was haben die anderen gemacht? Ja, noch so ein hässliches, großes, grobes Ding. Ah, schön, Ryback Titan. Ich mag die Großen aber nicht. Tatsache, ey. 18 Sekunden. Hammerhart. Hammerhart. Worüber die Dinger herkommen. Keine Ahnung. Heftig. Krass. Naja, egal. Und, äh, damit geht's auf ins nächste Rennen. Und zwar der Express-Hochwasserkanal überleben abgeht gegen die Trucks. Oh. Okay, den kann man sich dann doch vielleicht mal überlegen. Na, ich fahr die nochmal mit dem Pursuit. Oh, da haben wir schon wieder einen Vergnügen. Speed, 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 speed. Ich bin nicht da. So, Jungs, dann helf mir mal. Ach, wir sind hier so dünner Pfeiler. Stimmt. Wo, los, Kikas. die kraft und punkte ordentlich ich da auch hier hätten wir das geht das geht ja vier 25 Sekunden vorher Naja, das nenne ich doch mal eine richtig schöne Duftmarke, JA! Ganz sauberer Run, ohne Probleme. Ja, ich glaube den Hanzo FX350 kriegen wir wohl nicht mehr. Hm, nein, den schaffen wir nicht. Aber nur rein ins Zeitrennen. Schauen wie das Zeitrennen so ist. Oh, ich sehe schon das wird auch im Kenyan sein. Diese Nummer. Ray Beck Firestorm, na. Den haben wir nicht. Werden wir auch nicht mehr kriegen glaube ich. Aber schön, dass wir den Wagen auch nochmal sehen. Immer nett. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Aber. Bähigst du. im Moment was war das denn das ist hier noch ein die Strecke die noch gar nicht kennen hätte man sich vielleicht auch mal interessant in jedem Fall interessant interessant aaaah hier kommt er wieder auf die ich nehme hier aber auch gerade alles mit meine Herren keine tolle Zeit keine tolle Zeit das wird ein dritter Platz das wird wohl ein dritter Platz ne es wird kein dritter Platz das wird ein vierter Platz scheiße scheiße ich würde sagen ich würde sagen das Rennen können wir gleich nochmal fahren wie gesagt wie gesagt das ist der Canyon und Zeitfahren fiese Nummer aber probieren wir nochmal mal das witzige ist eigentlich tatsächlich war die ganze Zeit das Auto driftet aber das tut es einfach nicht es drittert einfach nicht es bleibt auf der Strecke und ich dachte ich könnte es besser machen und hätte gelernt aber nein was lernen wir was lernen wir man lernt einfach doch nicht so schnell wie man es hofft und und an ach wot Mann, das ist der Schenscheiß hier. Das geht auch gar nicht. Ich bin besser unterwegs als beim letzten Mal. Das ist auch nicht schwer gewesen. Oh, bitte, bitte, bitte. Ja, gut, ich war ein bisschen besser, aber... Zufrieden bin ich nicht, aber was soll's? Nochmal fahr ich das Ding jetzt nicht. Uh, 5 credits. Wow. Gigantisch. Na gut, ich werde jetzt erst mal das Bonus-Event freischalten und danach sehen wir uns... So, das Bonus-Event ist freigeschaltet und damit rein ins Event. Oh, ich glaube, diese Strecke werde ich nicht mögen. Aber, mal schauen. Nein, die Strecke ist scheiße. Uh, ich hab's geschafft. Wahnsinn. God, how's my job? Wuhu! So, rest geht bitte. An den Inhaber zurück. Ja, sicher. Wie sollte ich da denn vorbeikommen? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Geil. Geil. Super. Es läuft. Es läuft. Eine Minute rum. Gerade ist ein Treffer gesetzt. Ich sag' ja, die Strecke ist... Scheiße. Hochziehen. Ganz scheiß Strecke. Ganz scheiß Strecke. Ohhhh. Uh, was ist da denn los? Ich hab eine... Oh, den Rest kannst du erhalten. Doch, das ist doch gar nicht. Vollkommen unrelevant, wie. Also ich habe jetzt eine nahezu perfekte Serie gefahren und bin trotzdem nur Vierter. Gut, geht einfach nicht besser gerade, schaffe ich nicht, kann ich nicht, zu wenig Skill, ja. Für so eine Serie hätte ich bei anderen, anderen, diesen Dinger gewonnen, meine persönliche Bestheit ganz sicher, aber ja, kann ich nicht ändern, tut mir leid. Aber wir haben ja noch das Elite-Rennen. So, und damit auf Indiens zweiten Versuch. Und schauen, wie es diesmal läuft. Kocken. Wuhu. Wuhu wuhu. ich hatte Ja ja, Raptor, Raptor, Raptor ist Zweiter und die Welt kann mich mal. Ist sicher, Rick, danke. 4,2, das klingt schon wieder schwer nach einer. Variante von wir kloppen uns um den dritten und haben eigentlich keine Chance auf den ersten, wenn es weitergeht. Ja, schön, ist mir eigentlich noch zu früh. Ich könnte das ganz gerne in der dritten Runde gebrauchen, aber... Ja, 6 Sekunden ist richtig. Die drei werden mir gleich die Hölle heiß machen. So wie immer wahrscheinlich. Die einzige Chance, die ich im Moment noch habe, ist echt, dass ich Raptor irgendwie stoppe, indem ich sie in der... Das war's. Das war's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.